Ich wette, einige von euch denken, dass eure Eltern nervig oder peinlich sind, aber meine sind böse. Ich habe lange gebraucht, um zu erkennen, dass mein Leben nicht normal war. Und das fing schon an, als ich klein war. Meine Eltern hatten sehr hohe Erwartungen an mich. Wir redeten hier vom verrückten Zeug. Du wirst nicht glauben, was sie mir angetan haben. Sehe dir, meine Eltern waren beide unglaublich erfolgreich und sie erwarten von mir, dass ich das auch bin. Und sie wussten ganz sicher nichts drüber, wie man mit Kindern umgeht oder wie man sie erzieht. Deshalb habe ich nie gelernt, wie man mit anderen Kindern umgeht. Statt mir Kuchen und Eis zu geben, überzeugt mich meine Eltern, dass Gemüse eine Belohnung sei. Ich habe nie Süßigkeiten bekommen. Nur Vitamine. Als ich drei Jahre alt war, hatten meine Eltern schon angefangen, mich in schicke Hosenanzüge zu kleiden. Ich habe sie auch nie schmutzig gemacht. Meine Eltern ermutigten mich schon sehr früh, meine beruflichen Fähigkeiten zu entwickeln. Ich habe nur Lehrbücher gelesen. Und das Verrückteste war, dass ich am Ende jeder Woche einen Bericht darüber machen musste, was ich gelernt hatte. Und wie ich mich verbessern konnte. Manchmal waren diese Berichte zehnseitige Aufsätze oder eine ganze Präsentation. Meine Eltern sagten mir, dass ich einmal die beste Geschäftsfrau aller Zeiten werden würde. Sie hat mein ganzes Leben durchgeplant und beschlossen, mich so jung wie möglich darauf vorzubereiten. Ich wusste nicht, was Spaß ist, bis ich etwa vier Jahre alt war. Ich war immer neidisch, wenn ich die Nachbarskinder beim Spielen beobachtete. Obwohl ich nie einen Freund hatte, fühlte ich mich einsam. Ich beschloss, eine Reportage darüber zu machen, wie ein Gefährte meine Produktivität steigern würde. Ich zog mir meinen kleinen Anzug an und hielt eine 45-minütige Präsentation in unserem Wohnzimmer. Sie waren beeindruckt und ich dachte wirklich, ich hätte gewonnen. Meine Eltern stimmten zu, mir einen Begleiter zu besorgen. Aber es war nicht das, was ich erwartet hatte. Meine Eltern beschlossen, ein Kindermädchen einzustellen. Zuerst war ich enttäuscht. Ich dachte, ein weiterer Erwachsener würde nur mehr lustige Abende mit den Lesen und Zeitungsartikeln und dem Organisieren von Akten bedeuten. Nun, ich bin froh zu sagen, dass ich falsch lag. Ein Kindermädchen war das Einzige, was ich in meinem Leben hatte. Sie war mein Ein und Alles und ganz und gar nicht wie die Eltern. Ich war schockiert, als ich sie zum ersten Mal traf. Ich hatte immer nur grau, weiß oder schwarz getragen. Und mein Kindermädchen kam an ihrem ersten Tag in ein hellen, fließenden Kleid. Sie tanzte und sang Lieder und brachte mir bei, wie ich mir die Haaren machen konnte. Sie war eigentlich diejenige, die meine Eltern davon überzeugt hatte, dass es gut für die Förderung der Kreativität ist, wenn ich mir Kleidung selbst aussuche. Meine Eltern waren allerdings nicht immer ihrer Meinung. Wenn ich zurückdenke, gab es viele Momente, in denen sie privat Dinge mit mir gemacht hat, die meine Eltern nicht toleriert hätten. Sie schmuggelte mir lustige Snacks rein und ließ mich Cartoons schauen. Ich betrachtete unsere Aktivitäten immer als unser kleines Geheimnis, da ich glaubte, meine Eltern hätten nicht gut reagiert. Sagen wir einfach, ich wünschte, ich hätte meinen Mund gehalten. Es begann mit meinem sechsten Geburtstag. Das war nicht wirklich eine Party. Keine Freunde, keine Snacks. Meine Eltern machten einen großen Salat, auf dem die sechs in Tomaten geschrieben stand. Anstelle von lustigen Hüten trugen wir schicke Anzüge. Sogar mein Kindermädchen wurde gesagt, dass sie sich ankleiden muss. Wir spielten keine lustigen Spiele oder sangen irgendwelche Lieder. Wir haben nur abwechselnd über berühmte Veröffentlichungen gelesen, die an meinem Geburtstag passiert sind. Es war so langweilig. Um ehrlich zu sein, war es noch langweiliger als ein normaler Tag. Und als Geschenk bekam ich einen Taschenrechner. Ich weinte, ich wollte eine Puppe. Meine Eltern waren unglaublich genervt von meinem Wutanfall. Sie schickten mich gleich auf mein Zimmer, weil ich eine Göre war. Ich lag dort und schluchzte etwa eine Stunde lang in mein Kissen, als mein Kindermädchen reinkam. Sie reichte mir eine rechteckige Schachtel und sagte, ich soll es geheim halten. Ich öffnete es langsam und skeptisch. In dieser Schachtel war eine Barbie. Ich war so aufgeregt und umarmte sie ganz fest. Sie legte ihre Finger an die Lippen und brachte mich zum Schweigen. Sie sagte mir, ich soll leise sein und es verstecken. Meine Eltern ließen mich für den Rest des Tages in meinem Zimmer. Es sollte eigentlich eine Strafe sein, aber den ganzen Tag in meinem Zimmer zu sein und mit der Puppe zu spielen? Es war ehrlich gesagt der lustigste Geburtstag, den ich je hatte. Eines Tages hatte ich wohl ein bisschen zu viel Spaß, denn ich hörte nicht einmal die Schritte, die sich meinem Zimmer näherten. Ohne zu klopfen, platzte meine Mom rein und fragte, was denn an meinem Zimmer so aufregend ist. Schnell versteckte ich die Barbie hinter meinem Rücken, aber es war zu spät. Sie beschuldigte mich, die Puppe gestohlen zu haben und sagte, dass ich eine Riesenstrafe zu erwarten hätte. Ich weinte so sehr und erklärte, dass ich es nicht gestohlen hatte. Es war nur ein Geschenk vom Kindermädchen, das Geschenk, um das ich gebeten hatte. Ich hatte wirklich meinen Mund halten sollen. Sie rief mein Kindermädchen herein und feuerte sie auf der Stelle. Sie sagte, dass sie mich von nun an mit ins Büro nehmen würde, damit ich ihr beim Lernen zusehe. Sie riss den Kopf der Puppe ab und warf sie in den Müll. Ich glaube, danach habe ich ein Jahr lang nicht mehr gelacht oder gelächelt. Das war, als ich mit der Schule anfing. Ich weiß, dass viele von euch denken, dass die Schule langweilig oder ernst ist. Aber durch meine Erziehung fühlte es sich an wie Disneyland. Ich durfte Spiele spielen und etwas über coole Dinge lernen, die Leute in meinem Alter genießen. Die anderen Kinder dachten, ich sei seltsam. Ich war übermäßig höflich und machte mich nie schmutzig oder spielte draußen. Ich aß Pizza mit Messer und Gabel. Als ich zehn war und alle Fernsehsendungen im Fernsehen liefen, die meine Klassenkameraden auch sahen, wartete ich, bis meine Eltern weg waren und schlich mich zum Fernseher, um die Serien zu sehen. Wenn meine Eltern dabei waren, durfte ich nur Nachrichten sehen. Meine Mutter hat mich einmal erwischt und so laut geschrien, dass sie mir das Telefon und den Fernseher weggenommen hat und einen ganzen Monat lang Hausarrest gegeben hat. Eines Tages, als ich in meinem Zimmer drüber weinte, wie unfair alles ist, beschloss sie mir, die Zimmertür wegzunehmen. Privatsphäre muss man sich verdienen, sagte sie. Ich habe diese Tür nie wieder zurückbekommen. Ich würde nicht sagen, dass ich meinen Eltern von da an komplett gehorchte, aber ich wurde besser darin, Dinge zu verstecken. Ich traf mich regelmäßig mit Freunden zum Lernen, wo wir Videospiele spielten. Ich hatte allerdings noch größere Geheimnisse als diese Pokémon-Sessions. Mein größtes Geheimnis war Jackson. Er war die Liebe meines Lebens. Seine Eltern besaßen einen Taco-Stand neben der Privatschule, auf die ich ging. Er war nett und attraktiv, aber arm. Aber das spielte für mich keine Rolle. Er nahm mich mit ins Kino und schleuste mich auf Partys. Und das Beste war, dass er mich in die Malerei einführte. Er verbrachte Stunden im Atelier mit mir, während meine Eltern dachten, ich würde Credits sammeln, um meine Bewerbung zu diversifizieren. Er war mein größter Unterstützer und ich liebte ihn wirklich. Wir waren etwa sieben Monate zusammen, bis meine Mutter uns beim Küssen in der Schule erwischte. Wir waren normalerweise sehr vorsichtig, aber ich hatte nicht erwartet, dass meine Mutter tatsächlich pünktlich kommt. Sie hat mich ins Auto gezerrt. Ich weinte so sehr, aber meine Mutter ließ mich wissen, dass es vorbei war. Du kannst dich mit dem verabreden, von dem wir sagen, dass du dich verabreden sollst, erklärte sie. Sie nahm ihr Laptop und Handy weg. Sie sagte, dass sie mich von nun an viel strenger überwachen würde. Ich sagte ihr, dass sie mich nicht daran hindern könnte, mit jemandem auszugehen, den ich liebe. Ich war fast erwachsen. Sie sagte, dass es war, aber viel Glück beim Versuch. Sie fuhr mich zu und von der Schule und machte es mir fast unmöglich, Zeit mit jemandem zu verbringen, den sie nicht kannte. Die wenigen Male, die ich versuchte, Jackson zum Abschied zu küssen, starrte ich ihn nur aus dem Autofenster an und machte unhöfliche Kommentare darüber, dass er mich nicht verdient hätte. Er tauchte nicht mal in der Schule auf. Das Einzige, wo wir zusammen waren, war im Maleratelier, von dem meine Mutter immer noch dachte, es sei für die Schulnoten. Aber selbst das wurde ruiniert, als meine Mutter beschloss, Mitglied zu werden und mich ins Atelier zu begleiten. Wir versuchten, unsere Romanze am Blühen zu halten, aber ohne Laptop und Handy ging das natürlich nicht. Jackson sagte, er will nicht mit jemandem ausgehen, dessen Mutter ihn so sehr hasste. Ich rannte zum Haus meines Freundes und weinte an diesem Tag stundenlang. Meine Mom war so selbstgefällig bei der ganzen Sache und sagte, dass Jackson einfach nicht der Richtige für mich ist. Meine Mom hat versucht, mich mit einem Jungen zu verkuppeln. Ich dachte mir, dass meine Mutter doch nicht so gemein war und dass sie gesehen hatte, wie traurig mich die Trennung gemacht hatte. Sie hat mich in dieses sehr schicke Restaurant begleitet. Wir setzten uns an einen Tisch mit einem ihrer Kollegen und seinem ekligen Sohn. Karl war ein kompletter Idiot. Ich war angewidert von ihm, aber meine Mutter und Karls Vater drängten mich immer wieder mit ihm zu reden. Er redete mit vollem Mund und alle am Tisch haben drüber gelacht, wie er seine Limo auf einen Obdachlosen geworfen hat. Und er hat ein Eis geklaut von einem Mädchen und sie zum Weinen gebracht. Sie dachten einfach, er sei komisch. Alles, was ich sah, war ein fieser Idiot, den ich nie wiedersehen wollte. Ich sagte meiner Mutter, dass ich überhaupt nicht an ihm interessiert bin. Sie sagte mir, ich könnte entweder mit dem Sohn ihrer Freundin ausgehen oder mit niemanden. Meine Mutter sagte mir, solange ich unter ihrem Dach lebe und ihr Geld benutze, gehören ihr alle meine Entscheidungen. Also blieb ich Single. Während alle meine Freunde auf Bällen waren und sich verabredeten, saß ich zu Hause fest und lernte. Es fing alles wieder an, als das Thema College aufkam. Meine Eltern waren unheimlich aufgeregt. Ich habe mich an zehn Schulen beworben und wurde an jeder Einzelnen angenommen. Ich konnte mir buchstäblich aussuchen, was ich wollte. Je mehr ich darüber nachdachte, desto mehr wurde mir klar, dass Wirtschaft nichts für mich ist. Tatsächlich hasste ich Wirtschaft. Ich wollte etwas tun, das mich glücklich macht. Ich wollte eigentlich in die Kunst gehen. Als mein endgültiger Zulassungsbescheid mit der Post kam, in dem mir mitgeteilt wurde, dass ich ein Vollstipendium für die renommierteste Kunstschule der Welt erhalten hatte, war ich so aufgeregt. Ich dachte, meine Eltern würden sich auffreuen, wisst ihr? Anscheinend waren meine Träume aber nicht wichtig. Nachdem ich eine Auszeichnung für meine akademische Leistung erhalten hatte, führten mich meine Eltern zu einem großen schicken Essen mit allen Kollegen aus. Ich hätte mich auch freuen sollen, aber irgendwas fühlte sich nicht richtig an. Ich rutschte immer tiefer, während sie darüber sprachen, wie viel besser ich war als alle anderen und eine hervorragende Erziehung hatte. Schlimmer noch, als die Kollegen anfingen, sie zu fragen, was ihr großes Geheimnis sei, um eine perfekte Tochter zu haben, redeten sie darüber, wie ich die ganze Zeit lernte und dass sie strenge Regeln durchsetzten. Sie lachten sogar darüber, wie sie meine Beziehung zu irgendeinem Penner beendet haben. Ich wollte mit ihm unter vier Augen sprechen, aber sie waren unerträglich. Ich wurde so wütend, als sie anfingen, sich darüber lustig zu machen, wie traurig sie sich für die Eltern von erbärmlichen Kunststudenten fühlten. Tatsächlich war ich so wütend, dass ich beschloss, dass jetzt ein besserer Zeitpunkt als jeder andere war, um die großen Neuigkeiten zu teilen. Ich möchte was sagen. Ich habe meine Mutter in meinem ganzen Leben noch nie so schnell wütend gesehen. Fast hätte ich meine Meinung geändert, aber ich musste es tun. Ich nahm meinen Mut zusammen und ließ sie wissen, dass ich einer berühmten Kunstschule angenommen worden war. Die Kollegen schienen ziemlich beeindruckt, aber meine Eltern waren schockiert. Sie sprachen den Rest des Abendessens nicht mehr mit mir, aber im Auto, das war eine ganz andere Geschichte. Sie schrien mich an, weil ich sie blamiert und vor den Kollegen verraten hatte. Sie schrien, dass ich niemals sowas wie Kunst machen würde. Sie versuchten sogar mir zu sagen, dass sie meine Kunst noch nie gesehen hätten. Was nicht stimmte, weil meine Mutter mit mir ins Atelier gegangen war. Sie haben mich einfach überhaupt nicht beachtet. Als wir nach Hause kamen, gab ich ihnen meine Mappe. Sie war voll mit den Bildern und Skizzen, mit denen ich mich an der Schule beworben hatte. An diesen Bildern hatte ich stundenlang gearbeitet und ich war stolz auf sie. Ich dachte, es würde sie überzeugen, dass ich ein echtes Talent sei, aber ich lag falsch. Meine Eltern zerrissen es vor meinen Augen. Sie sagten, ich würde auf keine Schule gehen, außer die, die sie ausgesucht hatten. Wir zahlen schließlich für alles. Ich war so wütend und erklärte, dass ich ein Vollstipendium für die Kunstschule bekommen habe. Ich bräuchte sie nicht. Sie redeten weiter darüber, wie sie ihr ganzes Leben vergeudelt hätten, damit ich sie verraten würde. Meine Mutter weinte und mein Vater fing an, Dinge zu zerschlagen. Sie warfen mich raus. Ich blieb bei einem Freund und erklärte alles. Ich hatte überhaupt nichts bei mir. Ich rief meine Eltern an und fragte sie, ob sie die Meinung über die Schule geändert hätten. Und sie sagten nein und dass ich nicht mehr willkommen sei. Ich fragte, ob ich wenigstens komme und ein paar meiner Sachen abholen könnte. Ich trug immer noch die gleiche elegante Abendgarderobe vom vorherigen Abendessen. Sie stimmten zu, aber ich hatte das Gefühl, als ob sie einen bösen Plan haben. Sie gaben mir eine Plastiktüte. Was ist das? Fragte ich. Meine Eltern lachten und erklärten, es sei die Kunst, die ich so sehr liebte. Ich sagte ihnen, dass das nicht lustig ist und schob mich an ihnen vorbei, um in mein Zimmer zu gehen, aber es war leer. Sie erklärten mir, dass sie alle Sachen verkauft hätten, um etwas Geld von dem zurückzugewinnen, was sie für mich verschwendet hatten. Sie hatten wuchstäblich all meine Besitztümer verkauft, nur um sich zu rächen. Nur weil ich nicht am Geschäft interessiert war. Alle Möbel, Kleider und unbezahlten Geschenke und Fotos waren weg. Und sie sagten, dass ich alles bereuen würde. Im Herbst ging ich auf die Kunstschule. Ich war auf Essen und Kleidung von meinen Freunden angewiesen. Zum Glück deckte mein Stipendium den größten Teil der Kosten ab. Und dank der Hilfe meiner Freunde bekam ich ziemlich schnell einen Job. Am Ende war nicht alles schlecht. An meinem ersten Arbeitstag im Laden traf ich auf keinen geringeren als Jackson. Er war überrascht, mich in so einem Laden arbeiten zu sehen. Ich brach zusammen und erklärte ihm alles und er lud mich zum Essen ein. Jackson und ich haben uns wieder zusammengetan und die Dinge liefen großartig zwischen uns. Ihm gehört jetzt der Taco Truck seiner Familie. Und auch wenn er nicht reich ist, ist er sehr glücklich. In der Tat. Ich habe gerade seinen Antrag auf Instagram gepostet. Wir planen in ein paar Monaten zu heiraten. Es war eine Menge Arbeit, aber ich muss sagen, es war alles absolut wert. Ich bin jetzt eine erfolgreiche Künstlerin und lebe meinen Traum. In gewisser Weise bin ich froh, dass meine Eltern mich so gedrängt haben. Das gab mir mehr Leidenschaft. Meine Eltern haben sich nie bei mir für irgendwas entschuldigt. Tatsächlich haben sie etwas noch Schlimmeres getan. Ohne Vorwarnung oder Hallo riefen sie mich an und verlangten Geld. Sie erklärten, dass sie gehört hatten, wie erfolgreich ich sei und dass ich nun in der Lage sein sollte, ihnen all das Geld zurückzuzahlen, das sie für mich in der Privatschule verschwendet hätten. Außerdem sagten sie, ich schulde ihnen etwas dafür, dass ich sie in Verlegenheit gebracht hatte, weil ich diesen Taco Boy wieder in mein Leben gebracht hatte. Sie sagten mir, ich hätte eine Woche, um mit ihm Schluss zu machen, sonst... Ich weiß auch nicht, was es sonst bedeutet, aber ich glaube, dass ich es nicht herausfinden will. So, wie vielEmpel ist, was es denn auch bei mir war? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.